Hallo, ich bin Doris Bose, Modedesignerin und Schnittdirektriz. Mit dir würde ich gerne diese coole Softshelljacke nähen. Diese Softshelljacke hat folgende Besonderheiten. An der Kapuze vorne hat sie einen Schirm. Sie hat einen Tunnelzug. In der vorderen Mitte wird ein Reißverschluss eingenäht mit einem Reißverschlussuntertritt. Du lernst mit mir ein Taschenfenster auszustürzen für die Reißverschlusstasche und am Ärmelsaum einen Klettverschluss zu verarbeiten, um deine Ärmelsaumweite zu regulieren. Den Schnitt für die Softshelljacke findest du im Kursmaterial als Download. Du brauchst für die Softshelljacke Softshell, Meshfutter, Ripsband, Reißverschlussanhänger, Wondertape, Klipse, die üblichen Nähmaterialien und natürlich deine Haushaltsnähmaschine. Für die Softshelljacke solltest du etwas Näherfahrung mitbringen und mit deiner Nähmaschine vertraut sein. Wenn du Lust bekommen hast, eine Softshelljacke zu nähen, freue ich mich, dich in meinem Kurs wiederzusehen.